Herzlich Willkommen zur Sendereihe Lichtblick. Wir freuen uns heute, dass wir David hier haben. Können Sie uns etwas von Ihrer Situation berichten? Wo leben Sie und was machen Sie dort im Moment? Wir leben in der Nähe vom Berg Kamel, also im Norden von Israel, zur Grenze vom Libanon. Und wir haben vor 17 Jahren Aliyah gemacht nach Israel und leben dort jetzt mit unserem Sohn. Ich bin jetzt seit nahezu 20 Jahren gläubig.